Mein Name ist Andreas Kohler, ich bin Produktspezialist für Pflanzenschutz bei Kuhn Deutschland. Ich darf Ihnen heute unsere gezogene Feldspritzenbaureihe Metris vorstellen. Die Maschine befindet sich im Hintergrund von mir. Wir sehen hier die Metris 4102. Die Maschine bekommen Sie als Kunde in 3200 oder 4100 Litern mit Gestängebreiten von 18 bis 36 Metern. Die Maschine ist sowohl für die einfache Anwendung als auch für den Profibetrieb geeignet. Um die Maschine mit schnellen Transportgeschwindigkeiten komfortabel bewegen zu können, ist ein wichtiger Punkt eine Vierfachfederung an der Maschine. Wir haben die Teigsel gefedert, wir haben die Achse gefedert, ebenso das Parallelogramm und auch unser sogenanntes Equilibra-Gestänge, das die Gestängelage in Fahrtrichtung beim Bremsen und beim Wiederanfahren abdämpft. Durch diese Vierfachfederung exklusiv auf der Metris erhält der Kunde ein sehr komfortables Arbeiten und ein langlebiges Gestänge, da das Gestänge sehr, sehr ruhig geführt wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das zentrale Bedienfeld vorne links an der Maschine. Wie eingangs erwähnt ist die Maschine von der einfachen Anwendung bis hin zur Profi-Anwendung erhältlich. Wir sehen hier die mittlere Ausbaustufe, das sogenannte DILU-Set. Beim DILU-Set wird die Saugseite, der saugseitige Hahn, der saugseitige Ventil durch einen Schrittmotor elektrisch angesteuert und der Komfort für den Fahrer gesteigert, da die Saugfunktionen von der Kabine aus erledigt werden können. Die Stufe unterhalb des DILU-Sets nennt sich Manu-Set. Hier haben wir nun manuelle Ventile für die einfache Bedienbarkeit. Die Stufe oberhalb des DILU-Sets nennt sich E-Set für den Profi-Anwender, der sehr viel Wert auf Komfort legt. Die Metris-Baureihe ist erhältlich mit Pumpenleistungen von 265 bis 700 Liter. Weitere wichtige Details finden Sie im Heck der Maschine. Wir sehen hier den 450 Liter Frischwasserbehälter, der für sämtliche Reinigungsfunktionen notwendig ist. Der Frischwasserbehälter bei allen Kuhenspritzen sitzt immer zentral auf der Achse. Selbst in schwierigen Bedingungen in bergigen Regionen mit einer schmal eingestellten Achse hat der Kunde hier das Restgewicht 450 kg auf der Achse und sichert somit die Stabilität der Maschine. Wie eingangs erwähnt, sehen wir hier nochmals einen Teil unserer Vierfachfederung, die Silentblock-gefederte Achse. Einen weiteren Teil der Federung sehen wir hier oben im Parallelogramm. Hier sind jeweils Stickstoffblasen verbaut, die das Gestänge im Transport und in der Arbeit sichern. Mitunter das wichtigste Bauteil an einer Pflanzenschutzspritze ist das Gestänge. Bei unserer Metris-Baureihe haben wir Gestängebreiten von 18 bis 36 Meter immer in Aluminium. Das Gestänge ist das Bauteil, das die Pflanzenschutzanwendung präzise auf die Fläche applizieren muss. Aus diesem Grund haben wir mit unserem Equilibra-System ein System geschaffen, wo das Gestänge nicht nur in horizontaler Lage, sondern auch vertikal gedämpft wird, um vor Pendelbewegungen geschützt zu sein. Somit hat der Kunde, der Anwender, eine 100% genaue Applikation der Maßnahme. Wir sehen hier eine Maschine mit 36 Metern Gestänge. Wir haben auf den Maschinen wahlweise vier- oder fünffach Düsenkörper. In diesen Gestängebreiten verwenden wir Zirkulationssysteme, die eine kontinuierliche Zirkulation der Spritzflüssigkeit gewährleisten. Dies wirkt sich sehr positiv auf die Gleichmäßigkeit der Ausbringmaßnahme aus und verhindert ein Nachtropfen am Vorgewinde. Um heutigen modernen Anforderungen gerecht zu werden, erhalten Sie die Metris selbstverständlich mit Isobus. Sie sehen hier unser Isobus Terminal CCI 200, das nicht nur für unsere Pflanzenschutzgeräte, sondern universell für alle Isobus gesteuerten Maschinen einsetzbar ist. Auf diesem Terminal sehen Sie alle wichtigen Bedienfunktionen und können diese per Touchscreen steuern. Zur Abrundung des Programmes nach unten erhalten Sie nicht nur das CCI 200 Isobus Terminal, sondern noch zwei weitere günstige Terminals, um die Maschine eben auch für einfache Anwendungen einsetzen zu können. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Kuhn-Händler vor Ort oder jederzeit auf www.kuhn.com. www.kuhn.com. Untertitelung des ZDF, 2020